Frische Luft und jede Menge Sport und Badevergnügen. Dazu viel alter Baumbestand. Das macht das Ungarer Bad quasi zum Park mit attraktiven Schwimmbecken. Und so vielseitig das Bad ist, so bunt gemischt sind auch die Gäste. Das Ungarer Bad, das ist mitten in Schwabing, das sind 60.000 Quadratmeter Fläche, was wir haben, Liegefläche und Becken. Das große Becken, das Kaiserbecken mit fast 90 Metern Länge, wenn es von den größten in Deutschland, also Freibadbecken, sage ich jetzt einmal, dann die Leute. Wir haben alles da, vom Künstler über die Hausfrau über Studenten. Es ist einfach ein total gemischtes Publikum, wie von Schwabing raus. Also wie auf der Rehobaldstraße ist es bei uns auch. Die Kleinen haben einen großen Planschbereich und ein weiteres Markenzeichen, der Kanal, der hier durchfließt und die Würm mit der Isar verbindet. Geöffnet hat das Ungarer Bad noch bis zum Ende der Sommerferien, also bis 11. September. Geöffnet hat das Ungarer Bad noch bis zum Ende der Sommerferien.